Weil die Schuhe ausziehen, die ganze Familie und barfuß gehen oder wenn man will, kann man auch mal mit einem Boot rausfahren und die Segel gesetzt und dann fährt man mit dem Boot raus und dann knattern die Segel und die Wimpel im Wind und man kann auch, wenn man will, kann man nach Skandinavien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Rumänien, Dänemark, wie man will. Das sind alles schöne Länder und das geht wie nix.